Ich hab' gefrühstückt. Möchtest du auch eins? Ne, danke. Hab' gefrühstückt schon. Wie viele Gebiete gibt's nochmal? Vier? Fünf? Arteria, Beschose Ruin, Brinster, Norfair, Grey, Bradley, Turian... ...und noch eins. Aber manche sind halt kürzer als die anderen. Jo, Brinster ist noch relativ lang. Denk. Aber wir sind ja gar nicht mit Brinster, wir sind ja mit Crate. Keck. Wir spielen das Spiel heute durch. Ja. Am Stück, oder machen wir zwischendurch mal Pause? Wir können gleich Pause machen. Das ist nice. Aber nicht wirklich bis dabei. Wie? Controller oder so, aber hast ja genug. Mhm, kannst ja auch mal zählen. Ich hab' hier doch alles, was ich brauch. Mentorant, Alter. Ach so? Meine Marmelade. Ich hab's mir doch angeguckt, Alter. Ich hab' dein Display für 10 Minuten geschaut, oder so. Ja, aber du hast es noch nicht selbst gesehen. Du hast es nicht selbst gespielt. Will ich das? Ich denk. Spielts nicht so wie Witcher, oder so. Ja, aber es lukt mich nicht. Warum soll ich spielen, wenn ich das nicht selber hab? Dann kann ich ihn nicht weiterspielen. Ah ja, stimmt auch. Gut. Bei so einem Single Trader spielen ist irgendwie nicht so die Sahne. Hab' ich ja schon gespielt. Ach so. Ich hab was anderem. Mehrmals sogar. Geil. Ist's gut. Kann weiter machen. Cool. In dem ich... ...geschmatzt hab. So. Heyo Leute, ich bin's, Make, vom Kanal GameCrop. Willkommen zurück zu Let's Play Metroid Zero Mission. Wieder mit Mike dabei. Bläh. Der ist so Stammgast bei dem Let's Play. Bläh. Co-commentator. Ich hatte nicht vor, jetzt mittendrin aufzustehen und zu gehen. Lass' mal machen, Alter. Fängt schon gut an. Es funktioniert endlich. Es ist nicht das Ding, was ich zu... ...zu lieben gelernt hab. Jetzt waren wir hier im Raum, haben's getestet. Können gleich wieder gehen. Auf geht's! Zehn Minuten verschwendet. Äh, zehn Sekunden mein' ich. Ne, zehn Minuten hast du dem letzten Part verschwendet, indem du nicht, indem du nicht wusstest, wo du laufen sollst. Und mehrmals an den Dingern rumgehangen bist, ohne dass sie Energie hat. Ich hab mich grad ein bisschen erschrocken. Same, Alter. Ah! Intraktiver Kampf. Yeah, boy! Der Wurm ist dumm. Wenn er jetzt schlau ist, geht er einmal nach links. Komm, ich höre ein Wurm. Ich glaub an dich. Komm. Was ist da los? Taktik-Change. Damit hab ich nicht gerechnet. Ah! Diese Musik läuft, wenn du mit deiner Mutter im Supermarkt bist, und die dich alleine an der Kasse lässt. Und du weißt nicht, ob sie's zurückschafft, bis du zur Kassierin reagierst. Ja, aber ich wusste halt echt gerade nicht, was ich sagen soll zu der Situation hier. Ist halt nett schwer gerade. Ist halt so nett. Aber ich hab mich ein bisschen erschrocken. Könnt halt auch schon mal sterben, eigentlich, ne? Ja. Ich wette, irgendein Kind hat so richtigen Herzenfacken bei dem Buzzfight gekriegt, und hat so angefangen zu heulen. Lol. Der war fucking fast gerade. So wie ich beim ersten Mal Metroprime... Oh, fuck. Wenigstens geht's wieder runter, was... Alter. Oh, fuck. Keine Kraftausflücke. War keine, war nur Beleidigung. Ich sag mal nix. Ich weiß nicht, was du im Kampf sagen solltest, sagst du sowas. Ja. Mach dich nicht lächerlich. Easy. Ey, ich mag's, wie die Power-Ups einfach in der Form des Worms aufgetaucht sind. Das war cool. Ich hoffe, wenn ich sterbe, tauchen so Power-Ups auf in der Form meines Körpers. Ja, Mann. Du kannst dann einsammeln und dann hast du alle meine Erinnerungen. Du erinnerst dich an echt schlimme Sachen. Ja, und was ist das hier jetzt? Oh. Ohlala. Ein hidden... ...hidden... ...ding. Item. Je. Ich mag Leute nicht die Item sagen. Ich hab früher immer Item gesagt, weil ich's nicht besser wusste. Aber es gibt kein deutsches Wort dafür. Gegenstand. Okay, aber... Gegenstand Team Kek. Sag jetzt mal Fatih. Ja, der findet die halt nur witzig, ne? Ja. Ja, ein lustiger Gegenstand. Ach Gott. Memes, die wieder keiner versteht. Außer wir. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Äh, idealerweise zu Crate. Was hab ich gerade gekriegt? Mr. Ice. Wie feuchtig Scheiß hast du gekriegt? Anscheinend. Du hast die Ehre gekriegt, einen Wurm getötet zu haben. Yeah. Mach, ich würde dir empfehlen, nicht in die Lava zu laufen. Ich hab's schon dran. Hat dein Mord. Ich weiß. Du gehst jetzt wieder hin. Du gehst wieder zurück. Du musst ja anscheinend... Du musst ja anscheinend wieder zurück. Ja, so... Da ist noch ein Item, was ich noch nicht gekriegt hab. Mhm. Oh, mein Junge. Es wird schwierig. Seine Schüsse. Äh, also nicht du. Aaaaahhhh... Ach so, natürlich, okay. Okay, ich hab's. Keine Sorge, Mick, ich weiß was zu tun ist. Ich hoffe es für dich. Haha, ich hoffe es auch. Es ist egal, je länger du hier festhängst, desto länger kann ich die Musik genießen. Je länger geht es, let's play. Juh, okay. Ich dachte gerade, du hast verkackt, um nach rechts zu drücken. Na gut. Ah? Nix, schon gut. Ja, ja, halt mal. Ich dachte, du kommst da nicht rüber. Ich weiß, was ich tue. Scheißdreck, weißt du, Alter. Ich habe mich im Lauf in dieses Let's Play schon zehnmal fremdschäben müssen. Ehrlich? Ja. Ja, zum Beispiel. Ja, zum Beispiel. Elf. Äh, geht's hier echt nicht raus, so. Oh Gott. Was für eine Scheiße. Ich habe vergessen, dass da so ein Ding ist. Okay, das passiert mir jetzt nicht. Was war das schon wieder? Was denn? Ich habe nichts gesagt. Du hast aber so voll gezuckt. Was soll das? Ja, ich habe halt Epilepsie. Ach so. Dann ist okay. Dann ist alles gut. Oh Gott, das ist schon gut. Ah, die Augen ist schon fett, ne? Hä? Das war so klar. Was? Was? Erstmal in die Lava. Ah, so. Ich, ähm. Ich muss ganz ehrlich sagen. Bin verwirrt. Ich bin sehr verwirrt. Ja, hier komme ich ja nicht zurück. Kein Stress, oder? Easy, Alter. Ich wusste es all along. Oh Gott. Alles Teil des Plans. Halt doch dein Maul, Mike. Ich habe nichts gesagt. Das erste Mal seit 10 Minuten, dass ich mal nichts gesagt habe. Yay, nochmal Missiles. Wir werden es bald gebrauchen können. Gegen Krajüde? Ja. Gegen wen sonst? Alter, was war das für eine dumme Antwort als Maul? Ganz ehrlich. Ey, wenigstens ist die fucking Monster jetzt weg. Sagt er und sah Monster. Welche er meinte. Als er sagte, sie sind weg. Ich mag Side Hopper nicht. Ich dachte, das sind, äh... Heißt die nicht anders? Nein, das sind Side Hopper. Und die geht's nochmal in grün, ne? Gibt's in verschiedenen Farben. Oh. Manche stärker als andere. Manche schwächer als andere. Manche genauso stark, aber nicht ganz so stark. Manche halten einfach verdammt viel aus, machen aber kein Damage. Ich muss wieder eine Tür finden, hinter der du vorher nicht reingekommen bist und jetzt reingekommenst. Shit. Oh, das ist der einzige, der da hochgekommen ist. Richtiger Skill Hopper. Heavy. Was? Was? Ich muss gerade Ulf aufstoßen, weil ich mir gerade den heftigsten Donut gegönnt habe. Das hört man nicht in der Aufnahme. Ja, ich habe gerade das perfekte Aufstoßgeräusch imitiert. Oh mein Gott, du bist ein Genie. Was muss ich tun? Nein. Ich bin so dumm. Wie komme ich da hin? Wie kann ich das machen? Ich kann mich ja nicht während dem Ding in den Warfball verwandeln, oder? Nicht währenddessen, aber... AAHEH! Ja, da komme ich ja nicht hin, dann... Was soll denn das? Wer weiß? Keck! Wie soll ich denn das machen? Mich, Tipps, bitte. Okay, geh mal nach links oben. Ja. Kannst du da was aufschießen? Ich denke, ja. Okay. Weiß nicht, ich würde einfach warten, bis es vorbei kommt und dann Morphball reinjumpen. Das geht? Keine Ahnung, wenn du hoch genug kommst. Mit einem Double Jump. Ja, das geht schon mit einem. Man muss halt nur noch timen. Oh wow. Das erklären die ja bei einem gar nicht. Das liegt daran, dass da vielleicht auch ein Schimpanz draufkommt, Alter. Ich bin einfach nur dumm, man. Tut mir leid. Ich wollte es eigentlich nicht sagen, aber es ist Fakt. Ja. Geh doch weg. Geh doch zur Seite. Das klappt so nicht. Wie soll ich denn das timen? Ich kann nicht nach unten drücken, um weg zu gehen. Oh, ich muss springen. Gerade bist du ein bisschen früher gegangen, aber ich auch nicht. Das bringt mir einfach nichts. Time Waster. Oh Gott. Easy. Endlich. First Try. Ach Gott, Alter. Wir werden noch in Part 15 hier rumhocken. Vor allem musste ich hier gar nicht hin. Ich wollte nur das Missile. Container Upgrade. Ich schüttel grad meinen Kopf im Takt zur Musik. Ich schüttel euch mein Dick? In deinem Gesicht? Ah egal. Wer hat das gesagt? Fatim ist nicht so. Nicht ich. Vergelort. Gut. Oh Gott. Vor allem Samus müsste es eigentlich schon vollkommen sehen. Macht nichts. Easy. Knew it all alone. Oh Gott. First Try. First Try. Das wird der Name des Parts. Oh. Fake Lava. Wer kennt es nicht? Wer hat sich Hasemus gefreut. Sind wir jetzt bei Crate? Nein, in der Nähe auf jeden Fall. Aber ich würde gerne hoch eigentlich. Ich würde jetzt Balljumpen. Easy. Hast du gesehen wie skillig das war? First Try. Und vergleichbares. First Try vor allem. Ähm. Guck das meine. Es gibt verschiedene Zeitungen. Äh. Ridley. Ah. Er wechselt sogar in die Farbe. Nicht mehr. Ja. Wie viel Schaden hast du genommen? Das hat ich nicht mal vollgehalten. Wie viel. Wie ist der da reingekommen? Haha. Zu der selbe. Ich muss den besiegen. Er hat den Schlüssel zur Tür. Er hat den Schlüssel zur Tür. Wie ist der schneller wird wohl in die Fall? Auf der Weg sehr schwer. Das ist ein ziemlich trauriges Ende für den, muss man sagen. Ja. Passt. Ja. 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 So. War da noch was? Bezweiflich. Oh. Obwohl. Secret. Secret. Ich frage nur wo. Okay. Übertreiben. Holy fuck. Okay. Okay. Das geht also nicht hier. Cool ist wenn du die Powerbomben hast. Du kannst einfach in den Raum legen und dann... Naja. Öffnet das so ziemlich alles. Wait. Ich warte. Okay. Jetzt können wir gehen. So. Ähm. Off zu Crate. So viel zu den ersten Mal. Waaahhhhhh. Jetzt war gerade ein cooler Move. Was? Na auf jeden Fall. Cool. Find ich gut. Wie penibli alles. Absolut. Das glaube ich jetzt aber nicht, ne? Nur um nichts zu finden. Das glaube ich jetzt aber nicht. Was ist das für ein Raum, Alter? What the fuck? Ist das denn bei ein Korridor? Das sieht schon besser aus. Guck mal, da ist sogar ein Riss im Boden, Alter. Das kannst du gar nicht mehr verkacken. Easy. Safe Point. Passend. Hey, oh Leute! Äh, ne, fuck. Äh, Leute, danke fürs Zuschauen. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr gerne... Also ich mein, warum sollte euch der Part gefallen? Ich hab ja alles fürs Try gemacht. Ähm. Mir hat er gefallen, keine Sorge. Guckst du dir das Let's Play 2018 auch an? Ja. Auf jeden Fall. Und zu gucken, was für ein Weep du damals warst. Äh, naja, gut. Ähm. Ja, wenn's euch gefallen hat, könnt ihr auch gerne abonnieren, um den nächsten Part nicht zu verpassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr wollt. Also, bis dann. Ciao. Die Beleidigung merke ich mir. So, bis dann. Bis dann. Troisiin. Liebe euch. Bu. Lo. Viọi. Tja. Tja.